Servus Leute, kennt ihr diese Dose? Kennt ihr auch diese Dose? Aber was die meisten von euch noch nicht kennen, ist diese Dose. Das ist die Jubiläumsausgabe der Schocka-Cola. Schocka-Cola wird dieses Jahr 80 Jahre alt. Und das habe ich zum Anlass genommen, meine Kamera einzuschalten, um euch das zu berichten. Ja, Schocka-Cola, die meisten von euch werden es kennen, unter diesem roten Deckel verborgen. Geschmacksrichtung Saatbitter. Seit ein paar Jahren gibt es eben auch Vollmilch. Und mir war es selber nicht bekannt, dass es diese Schokolade 80 Jahre schon gibt. Und ich habe lediglich mal irgendwo mal gelesen, irgendwo aufgeschnappt, dass angeblich schon im Zweiten Weltkrieg diese Schocka-Cola als Ration für die Luftwaffenpiloten eingeteilt war. Dass sie einfach munter geblieben sind, wach geblieben sind, Energie hatten. Und dann war es mir klar, dass es zumindest so lange schon diese Schokolade geben muss. Aber wie lange insgesamt, hatte ich nicht gewusst. Jetzt weiß ich, diese Schokolade gibt es seit 1935. Für all diejenigen, die jetzt denken, von was redet der überhaupt? Schocka-Cola habe ich nun nie gesehen. Was ist das überhaupt? Ja, Schocka-Cola ist eine Schokolade, die in einer Dose verpackt ist. In kleinen, dreieckigen Portionen. Jetzt fliegen meine Zettel weg. Die sehen so aus. Das sind solche Dreiecke. Davon sind in dieser Dose zwei Lagen drin. Insgesamt sind das 16 solche Ecken. Und hat ein Füllgewicht von 100 Gramm. Also wie eine normale Tafel Schokolade vom Gewicht. Aber portioniert in einer Blechdose. Was macht jetzt diese Schocka-Cola so besonders? Auf den aktuellen Dosen ist es eigentlich kurz, knapp beschrieben. Die Energieschokolade schafft Kraft, macht Munder. In dieser Schokolade ist nicht nur Koffein drin. Nämlich auch die Cola-Nuss. Und das sind alles Inhaltsstoffe, die einen eben ein bisschen aufputschen, sage ich mal. Und es ist dann halt eine Geschmacksfrage, ob man jetzt eher die Zartbitter- oder die Vollmilchschokolade bevorzugt. Aber ich habe mit dieser Schokolade sehr gute Erfahrungen gemacht. Gerade wenn man auch wandert oder so in einer Dose, ist die Schokolade sehr gut geschützt. Man kann das auch mal in so eine Art Notration packen. Das hält sich normalerweise auch relativ lang. Und es hat auch von Kalorienwert ist es doch auch ziemlich hoch. Gerade die Vollmilch hat dann mehr Kalorien, mehr Energie. Und ich bin ein absoluter Fan von diesem Schoko-Cola. Und wie gesagt, aktuell die Jubiläumsdose etwas so gilbrig, nicht weiß. Das Logo sieht auch etwas anders aus. So ein bisschen Retro-Look. Und Schokolade ist natürlich nach wie vor die gleiche. Bloß die Dose hat sich eben verändert. Also das ist absolut meine Empfehlung für alle, die es vielleicht nicht kennen. Schaut mal in eure Drogeriemarkte, in den Supermärkten. Das steht oft nicht bei der Schokolade, habe ich schon gesehen. Das steht oft bei so Hustenbonbons, steht es mit dabei. Manchmal steht es auch bei der Schokolade. Es ist unterschiedlich, kommt auf das Geschäft an. Und bei mir in der Region ist es leider so, dass man ausschließlich nur die Zartbittervariante bekommt. Und die Vollmilchvariante bestelle ich mir regelmäßig bei diversen Online-Shops. Wenn ich eh irgendwas bestelle, so wie bei ASMC, Cotton & Cellar, etc. Club Trotter hat es auch. Wenn ich ja eh immer was bestelle, bestelle ich mir immer ein, zwei Dosen von dem Vollmilch mit dazu. Weil es eben bei mir keinen einzigen Markt gibt, der diese Sorte führt. Und probiert es einfach mal beide. Entscheidet für euch, welche euch besser schmeckt. Und das war es jetzt mit meiner Empfehlung zur Chocacola 80-Jährige. Macht's gut. Guten Appetit. Ciao. Ciao.